Herzlich Willkommen, mein Name ist Martin Hosbach und dies ist die One-Hit-Parade aus der Kantine am Berg. Im Pop gab es noch nie so viel gute, inspirierte, mannigfaltige, orientierte Musik wie heute. Man muss nur neugierig, offen und frisch genug im Kopf sein, um diesen Umstand wahrnehmen zu können. Darum auf? Auf. Mach auf. Ah, okay. Aufmachen. Ist es eher salzig oder süß? Das habe ich noch nicht verstanden. Was ist der Unterschied zwischen uns? Could you tell me what the what the attraction of a deep bass is? Sorry, I don't have an interesting response. Me neither. Sorry. Bald ist es so weit. The One-Hit-Parade präsentiert die tollsten Berliner Bands, Musikerinnen und Musiker mit freundlicher Unterstützung des Music Board Berlin. Wo? Auf unserer Website und auf YouTube. Hits aus der Kantine am Berghain, frei Haus in Ihr Wohnzimmer. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.